I got my axt. I got the axt. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Axt wieder behalten will, bis zu tot. Aber nah, mit der Axt komme ich nicht so gut durch die Stage. Das ist das... Damit komme ich hinterher nicht mehr weiter. Im letzten Raum. Da brauche ich meine Boomerang-Dingsbums, Tyler. Also runter. Also links. Also oben. Oh Gott, Ritter. So, wollen wir auf die Axt. Jetzt hat er die Axt geworfen. Also wollen wir hoch. Wir wollen hoch. Runter. Und zack. Und ich komme nicht mehr runter. Ich komme runter. Lauf, 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 Simon. Simon, mach keinen Scheiß. Gut. Was mache ich hier? Ich weiß es gerade selber nicht. So, so. Und so, so. Lame. Lame. Hallo, was ist los? Ich bin ja noch im Single. Jetzt hab ich echt ein Problem. Jetzt hab ich echt ein Problem. Jetzt kleben wir überall diese Viecher an mir. Ho, 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 ho. Just one. Ich will jetzt wenigstens die 15 schaffen. Komm schon. Im Ero? Spritlehack? Spritlehack? Es ist definitiv zu viel auf dem Screen, würde ich sagen. Ich liebe alte Nintendo-Spiele, die sowas nicht bedacht haben. Oh, herrlich. Gut. Du willst jetzt nicht nach rechts gehen. Danke. So. Und plautz. Und plautz. Und yay. Also ich meine, ich gerade will ich, will ich, will ich, will ich. Ja, ich will den Bummer haben wieder. Und ich will das auch trotz nur so ganz lächerlich wenig HP irgendwie proppen. So, komm. Feuer. Pautz, pautz. Boom, boom. Boom, boom. Schafft. Drei? Keine drei. Oh, ich drehe so am Rad. Komm. Da ist mein Bumi. Da ist mein Bumi. Bumi. Halt. Ja, das wäre vielleicht klug gewesen, den erst zu vernichten da oben. Ähm, aber das kann ich jetzt knicken. So, 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 so. Bam. Und was kommt? Hier, mach mal. Ach ja, die beiden. Pedauts. Und pedauts. Uhu, uhu. Uhu. Skill shot. Schade. Moment, das wäre mal eine Idee, was ich ausprobieren. Oh. Ich habe eine andere Idee. Zack, 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 zack. Let's be lame. And look for health. Damn. Das wäre es gewesen, wenn jetzt nochmal da drin gewesen wäre. Schade, 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 schade. So, das Ding. Ach Gottchen. I fail so hard. And I... This game is like no fun at all. So I'm going to shoot it somewhere. So. Und. Zack. Und. Zack. Und. Komm her. Ich habe das eine Herz vergessen. Ich habe das eine Herz vergessen. Gut. Sondern es sei gar nicht gut. Total ungut. Uncool. Ja, ich habe das eine Herz vergessen. Oh, das wird ein lustiger Durchlauf. Das wird ein ganz lustiger Durchlauf. Ah, komm. Die. Peitsche? Na endlich mal. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ducken. Oh, Medusa hat. Das klappt gar nichts mehr. Kann das sein? Ja, komm, dann kannst du mich jetzt auch killen. Kill mich, kill mich, kill mich, kill mich. Ach. Ist einfach so, wenn man das Ganze bis zu meinem Rechen spielen muss, dann klappt gar nichts mehr. So you die. Ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, ich wäre Ryu. Ryu. Nicht Ryu Hayabusa, der war aus Ninja Game. Ryu, ich weiß den Namen immer noch nicht. Ryu, Ryu. So. Ran, ran, ru. Ryu, Ryu. Ryu, 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 Ryu. Wow, 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 wow. Komm. 2, 2, 3, 4, 5, 6. What is going on with this game? This is, this is, this is, this is. Ich krieg dieses ganze Sprass, soll ich nicht mehr mehr richtig aus meinem Mund? Bombs, bombs, bombs. Woa, was ist los? Irgendwie merkt mein Computer das. Oh Gott, oh Gott. Jetzt, jawoll. Ich hab's kommm gesehen. Ich hab's echt so kommm gesehen. Da hab ich mich voll blöd hingestellt. Das war 100%ig meine Schuld. So, zack, oh zack. Und, wow, it's lagging as hell. So. Hopp, zwei wieder und hier hinten die drei. Ich weiß nicht, was ist los mit meinem PC? This game is too hardcore. For my PC. It's freaking Castlevania. Yeah, baby. Leben dazu. Gut, drei. Und, Punkte, Herz. Und. So, und diesmal halte ich nach der ersten Sensor-Ausschau, die hat immer direkt über mir auftaucht. Autsch. Freaking death, die. Hat er sich wieder in die Wand geglitscht? Hat er sich bitte wieder in die Wand geglitscht? Hat er sich in die Wand? Nein, er glitscht nicht durch die Wand, schade. Oh, gut. Ich hör hier auf. Es bringt nichts. Ich bin dem Hero. Pause. Los. Oder. Los.